Da sind wir wieder bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Im letzten Part sind wir hier an diesen blöden Dingern hier, ähm, gescheitert. Müssen wir nämlich warten, bis sie wieder ihren Mund aufmachen. Jetzt sind sie gerade erstmal satt und wollen nicht essen. Das war nämlich der Fehler, den ich gemacht habe. Ich muss nämlich... Oh, mein... Oh. Und jetzt haben sie nämlich wieder keinen Hunger. Seht ihr das? Die machen den Mund nicht auf. Und jetzt... Der hat jetzt wieder Hunger. Bei dem ist jetzt die Frage, äh, wie will er sich jetzt bewegen? Genau so. Okay. Ah, das ist ein... Miniboss gewesen. Okay. So dumm ist Proplay. Die Pegasus-Stiefel. Halte L gedrückt, um mit ihnen zu sprinten. Beim Sprinten springst du auch weiter. Zack. Und schon platzt das alles. Ja. Und schon können wir auch hier rüber. Ja. Da guckt ihr blöd, ne? Moment. Bam. Und schon haben wir den großen Schlüssel. Also ich finde irgendwie... Das ging jetzt sehr schnell. Damit hätte ich jetzt so in der Form gar nicht gerechnet. Das ging jetzt auch cool. Wie er so anfängt zu laufen. Halt! Stopp! Bevor ich es vergesse. Wisst ihr noch in der letzten Folge am Anfang des Dungeons... Nein? Okay. Dann passt mal auf. Am Anfang des Dungeons waren wir hier gewesen... Und hatten... Ah, so unsere kleine Herausforderung... Hier an diesen Rand zu kommen. Nein! So, einfach geradeaus durchlaufen... Und dann ist es kaputt. Und wir haben den nächsten Schlüssel. Ja. Das war die Herausforderung. Und die Sache ist natürlich... Mit diesem Stick ist es ein bisschen... Ich sag mal komplexer. So. Jetzt müssen wir hier rüber auf die andere Seite. Damit wir die Karte bekommen. So. Duck, 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 duck. Ach, komm. Das hast du mich erwischt. Wir nehmen das Teil der Macht... Und wenn wir den jetzt einmal erwischen, dann... Haben wir endlich unsere Truhe. Ne? 300 Rubine! Vielleicht kriegen wir den Bogen ja doch noch voll. Jetzt noch ein Weg nach rechts, ne? Genau. Das nehmen wir mit. Ja, komm. Was bekommen wir hier? Die Karte. Die ich hätte schon längst mitnehmen können. Aber ich natürlich zu blöd war und, äh... Ja. Einfach mal... Ignoriert habe. Was mache ich da eigentlich? Ich kann doch eigentlich unten den Weg nehmen. Das ist so eine Abkürzung. So. So. Geht doch viel schneller. So? Danke. So. Kommen wir nämlich schneller zum Boss. Nein, 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 nein. Wow. Das war knapp. Der hatte mich bei einer angesprungen, da hätte ich echt... Ja, ein bisschen zu knapp gehabt. Was? Der trifft... Das war doch beschiss. Bam! Ich finde, der hat so einen geilen Blick drauf. So kann man die übrigens auch erledigen, dann. Danke. Wollte ich sagen, lass dich doch mal erwischen. Hier soll nochmal eine Truhe sein oder irgendwas? Okay. Ähm. Hä? Wozu habe ich jetzt einen Schlüssel mehr? Hä? Übersehe ich irgendwas? Hä? Das ergibt gar keinen Sinn für mich. Ich bin da, aber du kannst mich nicht sehen. Hihihihi. Okay. Ich muss irgendwas mit den Pegasus-Stiefeln zu tun haben. Oh. Hallo. Gigasol. Gigasol. Halt. 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 Stopp. So. Bam. Okay, komm. Nö. 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 Ja, schön. Und nochmal. Und nochmal. Das war ein einfacher Boss. Man muss nur irgendwie erstmal herausfinden, wie es funktioniert. Wir haben den nächsten Herzcontainer erhalten. Wunderbar. Und wir haben das nächste Instrument. Nämlich das Nixenglöckchen. Wie immer lauschen wir der schönen Musik. Ich hab's zwar nicht erkannt, aber trotzdem war's schön. Wasserfall. Im Wasserfall ist es versteckt. Gut. Wir wissen jetzt circa, wo welchen Wasserfall gemeint ist. Nämlich der im Norden. Ich wollte ganz sagen, komm erst mal aus dem Wasser raus. Uhu. Wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle acht gefunden hast, musst du sie vor dem Reich spielen, damit der Windfisch aufwacht und du Kokolin verlassen kannst. Geh nun zur Durstwüste. Ihre Einwohner werden dir den Weg weisen. Ich sage nur Uhu. Gut, da komme ich jetzt noch nicht rauf. Aber mir werden jetzt viele neue Wege eröffnet. Autsch. Ja, danke. Und diese Wege möchten ich natürlich jetzt auch erstmal gehen. Jetzt muss ich erstmal nur ganz kurz gucken, wie ich das jetzt am besten mache. Ich glaube nämlich, jetzt darf ich, äh, ich hoffe es. Ich hoffe es, ich hoffe es. Oh, wen haben wir denn da? Hallo, Troplay. Einen schönen Stock, den du da hast. Leiste mir den mal kurz. Der ist dumm. Der ist dumm. Der ist dumm. Oh, ich sehe da oben eine Höhle. Voll Depp. Plötzlich hast du statt eines Stocks eine Honigwabe. Tja. So. Was haben wir jetzt hier in dieser Höhle? Eine Fee. Wow. Na gut, wird bestimmt noch auf der Karte markiert. Ähm. Wenn ich so nicht langkomme. Vielleicht so. Ich hätte es so einfach haben können. Aber nein, ich muss natürlich immer groß aus und lang. Oh, das sind fünf. Das sind fünf. Die will ich haben. Au. Ähm. Hm. Da war ich auch noch nicht. Da muss ich auch noch mal hin. Ich glaube, jetzt brauche ich das auch erst mal nicht. So. Hier war ich. Ja gut. Hier war ich indirekt noch nicht. Oh, oh, oh. Okay. Ich weiß noch nicht, wie viel ich jetzt habe. Ich glaube, neun habe ich dann, ne? Oh, das Schwein. Das Wasser kann ich noch nicht rein. Hier ist eine Höhle. Und in die möchte ich rein. Danke. Und da hinten ist eine Höhle, die ich wieder aufsprengen kann. Ach, der hat mich gar nicht gesehen. Ah. Ach so. Natürlich auch drücken, ne? Wo bin ich jetzt? Oh, nice. Den kann ich so runterschieben. Frage, die sich mir jetzt stellt. Muss ich überhaupt was runterschieben? Hm. Warum ist der Stein da oben? Und warum bin ich jetzt hier? No, ich bin... Ist hier irgendwas vergraben für mich? Nee. Da darf ich nicht. Wäre jetzt halt so eine Vermutung von mir, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Ah, Drecksding. Ah, warte mal da. Das ist nur ein Herz. Geheimnis der nahe Erde. Okay, also hier ist definitiv irgendwo was. Da. Tja, dann war die nächste Zaubermuschel. Gewusst wie. Gewusst wie. Nee, eigentlich geraten, aber. Warum darf der Tropäne nicht auch mal Glück haben, ne? Du mich auch. Ich hab jetzt keinen Bock auf euch. Und hier haben wir wieder Moblins. Schweinemoblins, die aussehen wie Gannon. Ernsthaft? Ja gut, jetzt sind wir hier. Oh! Eine neue Zaubermuschel erhalten. Das ist ja auch schon mal super. Komm ich da rüber? Jetzt komm ich rüber. Schön, dass man erst einmal sterben muss, um da rüber zu kommen. Aber gut. Ja. Ich kann doch nicht schwimmen. Natürlich geil, wenn man nicht schwimmen kann. Oh, hier ist ein Teleporter. Der ist schon mal wichtig. Können wir eigentlich mal zum Muschelpalast gehen, oder? Muschelpalast. Muschelbasar. Übrigens, eine kleine Anspielung ist das hier aus diesen, äh, Bäumen, dem Kakariko-Jungen aus, äh, The Legend of Zelda. Komm mir nicht zu nahe, Knirps. Ich verrate dir auch ein Geheimnis. Berühre mich ausgestreckten Schwertes die Wände. Hörst du einen hohlen Klang, lässt sich die Wand mit einer Bombe sprengen. Okay. Hm? Gut verstanden. Hm. Es tut sich nicht. Du hast wohl nicht genug Muscheln. Okay, gut. Also wir müssen dann sozusagen jetzt 15 haben. 5, 15. Dann wahrscheinlich wieder mehr. Und das wird dann immer so weitergehen. So, jetzt muss ich erst mir überlegen. Wo will ich jetzt hin? Da unten lang kann ich nicht. Da kann ich nicht lang. Äh, äh, äh. Wir sollen in die schrockene Wüste. B-b-b-b-b-b. Äh. Hm. Könnte da sein. Hoffe ich mal. Zwergenbucht. Urungasteppe. Ja, von der Urungasteppe runter. Das könnte doch zu so einer Wüste funktionieren, oder? So, hier mal schnell ein bisschen Rasen mähen. Weil überhaupt gar nichts gebracht hat. Wo schaffe ich das denn? Nö. Den Sprung schaffe ich definitiv nicht. Also, das ist dann etwas, wo ich die, ähm, den Ente haken brauche. Das war eigentlich nochmal in der Höhle. Ah. Okay, darum muss ich jetzt entscheiden, wie macht das am besten? Wie ist mir das alles beiseite? Okay. So. Haben wir schon mal die Truhe. Mit. 50 Rubine. Das ist schon mal, äh, top. Stopp. So. 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 Und das Herzteil. Ja. Du hast ein Herzteil erhalten. Wunderbar. Ja. Gut. Das heißt, jetzt haben wir Herzteile. Wir haben das. Ich habe jetzt rein theoretisch auch genügend, äh, Münzen, um mir hier was zu kaufen. Nämlich das nächste Herzteil, damit ich das auch dann schon mal habe. Ich will ja eigentlich auch den Bogen haben, ne? Gut. Herzteil 200 Rubine kaufen. Ja. Vielen Dank und bis bald. So, Leute. Und jetzt zeige ich euch etwas, ähm, an der Stelle, liebe Kinder. Klauen ist keine Lösung. Ihr müsst einfach nochmal schnell rumrennen. Ja, bist du noch ganz sauber? Du musst erst bezahlen. Zurück damit. Ihr konntet damals bei The Legend of Zelda klauen. Sieh an. Er hat das nicht gemerkt. Aber plagt dich jetzt nicht dein Gewissen? Hm? Theoretisch schon. Praktisch habe ich jetzt dafür einen Pfeil und Bogen. Ja. Äh, wichtig ist, geht nicht mehr zurück. Ja, bloß ich wollte jetzt halt keine 900 Rubine ausgeben. So, und wir versuchen jetzt natürlich hier nochmal in dem Minispiel auch hier das Herzteil zu bekommen. Oh. Wunderkran, ein Spiel, ein Rubin. Okay, Gott. Mit den Knöpfen bewegt du den Kran. Der Rest ist Timing. Genau. Ah, das war ein bisschen... Ah, das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Ich glaube, den kriege ich nicht. Ne, kriege ich nicht. Ist genau verkannt, ist stecken geblieben, ne? Ja, komm. Am Arsch die Räuber, ey. Am Arsch die Räuber. Ah, ja. Noch ein Spiel. Natürlich noch ein Spiel. So. Ja, das könnte gut aussehen. Das könnte gut aussehen. Aber ich glaube auch, dass es wieder ein bisschen... Ne, äh. Obwohl, wenn er das jetzt noch ein bisschen greift, ja. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ja, 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 ja. Ja. Schön, dass es eine Physik hat. Nein. Nein, nein, das wird... Oder? Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Nicht so... Nicht so wackeln, nicht so wackeln, nicht so wackeln, nicht so wackeln. Ja, danke. Nein, noch kein Spiel, nein. Nein, komm einfach vorbei. Wenn du wieder Lust auf ein Spielchen hast, okay. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wofür diese Kette nun da ist. Möchte ich jetzt mal, ne? Ganz kurz erwähnen. Du musst eine Schnippchenfigur halten. Irgendwo muss man die doch aufstellen können. Aufstellen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, was sie wollen. Das sind ja wahrscheinlich diese Bonusaufgaben, die Nintendo jetzt eingefügt hat, wo ich aber bisher nicht wusste, wie das Ganze funktioniert. Denn ihr habt bei den Häusern jeweils, oder bei den einzelnen Menschen, hier so welche kleinen Figuren. Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Komet drauf. Ja, jetzt ist die Frage, wie packe ich das da drauf? Ja, kann ich aber noch nicht einsetzen, ne? Wer möchte denn bitte schön so einen Hund haben? Der Hund da nebenan, hat der da auch so ein Ding? Ne, hatte er nicht. Komet. Also, da möchte jemand einen Komet haben. Es steht also drauf, was die Leute haben wollen. Man muss also wirklich mal in die Häuser gehen und gucken und prüfen. Er ist am Schlafen. Ist das eine Halterung für etwas, da steht Piranha-Pflanze drauf? Okay. Halterung für etwas, da steht Gumba drauf. Gumba, Piranha-Pflanze, kann man ja alles mal machen, ne? Aber, liebe Leute, das habe ich nämlich auch schon gesehen. Wenn ihr nochmal reingeht und wollt nochmal was spielen, gibt es eine Muschel. Und natürlich möchte ich euch diese Folge jetzt nicht mit der Muschel enthalten. Ja, weil... Ah! Ah! Perfekter Mundo! Schnapp dir die Muschel? Nimm sie auch! Gut! Will der mich jetzt... Das war perfekt getroffen. Das hätte es auf dem Gameboy nicht gegeben. Äh. Ich bin gerade ein bisschen perplex, ne? Weil das ein bisschen unfair jetzt gerade war. Ja, kann man machen. Kann man machen, ja. Mit dem Droplet kann man es machen. Ja. Ja, ja. Mann! Was ist das denn für eine Rotze? Komm. Jetzt aber ordentlich. Und lass dich jetzt nicht von dem Rubin da aufhalten. Das ist nur ein kleiner Zentimeter nach links. Danke! Boah. Nein. So, nachdem wir jetzt die Muschel haben und endlich diese blöde... Vier, fünf Versuche da gebraucht haben, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Thorot Rhein. Tschö, tschö. Tschö, tschö. 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 Vielen Dank.